Du lernst, wie du den Faktor Bedeutung und Bekanntheit deines Unternehmens boostest, um bessere lokale Rankings zu bekommen. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Bevor wir uns jetzt damit beschäftigen, wie wir lokale Backlinks oder Nennungen aufbauen, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, warum ist das überhaupt nötig und wichtig? Und dazu springen wir jetzt zuerst in die offizielle Google-Doku rein. Diese haben wir uns schon in den letzten Folgen genauer angesehen und kurz nochmal zur Wiederholung, was sind die Faktoren in der lokalen Suche? Und zwar laut Google Relevanz, Entfernung, Bekanntheit und Bedeutung. Und eben in dieser Folge geht es um Bekanntheit und Bedeutung. Und in diesem kleinen Text hier sagt uns eigentlich Google ganz genau, was wir machen müssen. Kurzer Ausschnitt, die Bekanntheit bzw. Bedeutung ergibt sich darüber hinaus aus Informationen, die wir aus dem Web, beispielsweise über Links aus Artikeln oder aus Verzeichnissen über ein Unternehmen beziehen. Also, was brauchen wir? Lokale Backlinks und Nennungen. Dann, wenn man Experten zu diesem Thema befragt, dann sieht man, was sind jetzt in der lokalen, organischen Suche die wichtigsten Faktoren? Und dann sieht man, wenn man viele Profis in diesem Bereich befragt, dass ganz klar der allerwichtigste Faktor Quality Authority of Inbound Links to Domain ist. Das heißt, Links auf unserer Webseite. Natürlich zählen sie jetzt da alle Links, nicht nur lokale Links, aber es zeigt wieder, Links, Links, Links sind auch für Erfolg in der lokalen Suche sehr, sehr wichtig. In dieser Folge geht es eben um lokale Links. Wenn es dir auch um normale Links, also normale Backlinks geht, dann gibt es auf unserer Webseite extrem viele Inhalte dazu, die ich wärmstens empfehlen kann, wo wir ganz genau zeigen, warum ist das wichtig, worauf muss man bei einem Backlink achten, wie baut man Backlinks auf, was sind die besten Link-Affahr-Methoden etc. etc. und so weiter. Wie gesagt, wir beschäftigen uns hier mit lokalen Backlinks und Nennungen. So, wie bewertet man jetzt lokale Backlinks? Es ist ganz, ganz wichtig, dass man die nicht nach den Maßstäben von normalen Backlinks bewertet. Es geht wirklich um die lokale Relevanz und um die lokale Bekanntheit. Das heißt, Relevanz heißt, ich will wirklich Links von Seiten, die von Unternehmen sind in meiner Region und je bekannter diese Unternehmen sind und einflussreicher, desto besser. Weil oft ist es so, dass man vor allem in kleineren Städten, aber sogar in größeren Städten, du kannst klassische Metriken nicht eins zu eins so übernehmen, weil tendenziell sind Domain-Ratings, also ist die Domain-Autorität geringer, die Sichtbarkeit ist geringer, die haben weniger Traffic, weil sie ja nicht auf nationaler oder internationaler Ebene sind, sondern wirklich nur auf lokaler Ebene agieren. So, dann, was mir persönlich auch bei lokalen Backlinks und Nennungen komplett egal ist, auch wenn diese Links mal nofollow sind, ist das nicht so dramatisch, weil ich habe ja sowieso die Nennung und die Nennung spielt wieder in meine lokalen Rankings rein. Mir sind auch andere Link-Attribute tendenziell egal und wie eben gesagt, wenn man sagt lokale Backlinks und Nennungen, es ist mir sogar egal, wenn ich nicht verlinkt werde. Mir geht es nur darum, dass ich erwähnt werde. Natürlich, mit Link ist es besser, aber ohne Link ist es auch nicht so tragisch. Es geht mir nur einmal darum, dass Google sieht, das ist ein bekanntes, bedeutungsvolles Unternehmen in dieser Region. Solange Google das kapiert, bin ich zufrieden und das ist mein Maßstab für lokale Backlinks. So, jetzt sind wir endlich an dem Punkt, wo wir sagen können, okay, sie sind wichtig, wir wissen, wie wir die Links bewerten. Jetzt wollen wir wissen, wie holt man sich lokale Backlinks und Unternehmensnennungen. Und da gibt es jetzt eingangs einen Artikel, der wirklich ein Goldnugget ist, also nicht dieser Artikel, sondern einfach ein Tipp, um den es geht in diesem Artikel. Und zwar von Ahrefs, die haben einen umfangreichen Beitrag gemacht zu Google Suchoperatoren. Und wenn du jetzt Potenzial für Nennungen und für lokale Backlinks suchen willst, dann können dir Suchoperatoren extrem viel Zeit ersparen, weil sie dir helfen, schneller das zu finden, was du suchst. Und da haben sie extrem viele Beispiele, wie findest du Seiten, wo du Gastbeiträge publizieren kannst, wie findest du Ressourcenseiten, wie findest du weitere Linkpotenziale etc. Uns geht es natürlich alles um einen lokalen Kontext, aber beschäftige dich auf jeden Fall mit dem, weil du so viel schneller an gute lokale Links kommst. So, Nummer 1. Und zwar, welche lokalen Backlinks und Nennungen hat deine Topkonkurrenz? Das heißt, du wirst ja mit irgendwelchen anderen Unternehmen in deiner Region konkurrieren und da wird es sicher irgendwelche Spitzenplayer geben, wieso du überhaupt lokale SEO machst, um die zu überholen. Und hier musst du einfach Googles Klickendenken ausnutzen. Tendenziell ist es so, dass Google sich ja natürlich anschaut, das sind jetzt die wichtigen Seiten, jetzt nennen wir es wirklich als Nische, nämlich in dieser Region und wer wird hier verlinkt, wer wird hier nicht verlinkt. Das sind alles, wer ist in der Klicke und wer ist außerhalb der Klicke. Und wir wollen natürlich in die Klicke – im SEO nennt man das dann Consideration Set – die, was Google einfach immer versucht mitzuranken zu ihren Themen. So, wenn ich jetzt kein Tool habe, um mir anzusehen, wo die Konkurrenz rankt, dann machen wir es ganz, ganz einfach. Dann gehe ich in die Google-Suche, nehme einen Konkurrenten, sage – deren Domain und dann suche ich nach ihrer Marke und dann kriege ich alle Erwähnungen von dieser Marke. Natürlich, wenn es irgendein generischer Name ist, ist es blöd und funktioniert nicht so gut, aber jetzt hier in dem Fall sieht man überall, wo Evergreen Media vorkommt. Das sind natürlich auch Ergebnisse, die nicht auf uns bezogen sind, sondern auf andere Firmen in anderen Ländern, die auch einen ähnlichen Namen haben. Aber tendenziell sieht man schon ganz viel über uns und Potenzial, wo man gelistet werden kann. Jetzt als Beispiel hier im 10-Firmen-Verzeichnis sind wir gelistet, cool, hat man schon wieder Potenzial, um gelistet zu werden. Und so kann man das dann systematisch langsam durchgehen. Ja, das ist mehr Arbeit, aber wenn ich mir kein Tool leisten kann, ist das der praktischste Weg. Wie gesagt, wenn du dich mehr mit Suchoperatoren beschäftigst, kannst du schneller einschränken, umfangreicher einschränken und schneller finden, was du suchst. Natürlich geht es mit einem SEO-Tool extrem viel einfacher und schneller und meine Meinung dazu, ich weiß, dass andere deutsche Experten hier andere Meinungen haben. Ich sehe so, Zeit ist Geld und wenn deine Zeit keine 100€ im Monat wert ist, dann ist SEO tendenziell vielleicht noch nicht der Hebel, an dem du arbeiten solltest, sondern du solltest daran arbeiten, generell mal genug Umsatz oder Gewinn zu generieren, dass du dir ein Tool leisten kannst, damit du das scalen kannst. Tools sind super essentiell. Jeder, der etwas anderes sagt, macht aus meiner Sicht nicht SEO auf einem besonders hohen Level. So, Punkt 2. Ein absoluter Klassiker, fast in jeder Nische möglich, kann man rund um deinen Geschäftsbereich. Das heißt, in Österreich kann sich jedes Unternehmen bei der Wirtschaftskammer eintragen, aber es gibt dann ja auch, letztendlich, das sind jetzt Rechtsanwaltskammer und Pipapo und dann gibt es bei uns noch Kammern für den Bereich Werbung und Pipapo. Als Beispiel, wie das jetzt bei uns aussieht, das ist jetzt die WKO, das ist die Wirtschaftskammer Österreich und hier kriegt man einen wunderschönen Eintrag mit Link und sogar mit Locations. Mega, mega cool. So, dann Nummer 3, Firmenverzeichnisse. Firmenverzeichnisse sind ein absoluter Klassiker. Die sind jetzt nicht immer natürlich genau auf deiner Region. Vielleicht gibt es in deiner Region, wenn du in einer großen Stadt bist, wird es stadtbezogene Verzeichnisse geben, so steht die Verzeichnisse. Aber auch allgemeine Firmenverzeichnisse reichen uns, um lokale Backlinks und Nennungen zu generieren. Ein Beispiel dafür in Österreich, wahrscheinlich das bekannteste neben Herold, also Herold ist das, was in Deutschland die gelben Seiten sind, ist Firmen-ABC. Bam, kriegt man wieder schön mit Follow-Link, alles wunderbar. Aber das Coole ist wieder, wir haben ja nicht nur den Link, sondern auch gleich wieder unser Unternehmensname, Adresse, Telefonnummer und das ist ja wichtig für unsere Nennung, um diese zu generieren. So, jetzt wirst du dir denken, okay, das ist ganz nett, du zeigst mir jetzt da einen Link. Das bringt mir genau nichts. Hier bei Bright Local gibt es eine Liste mit den allerwichtigsten Verzeichnissen. Die kannst du einfach für dein Unternehmen durchgehen und dich überall eintragen. Ist schon aussortiert. Dann, wenn dir das nicht reicht, gibt es hier bei Whitespark, wieder ein geniales Unternehmen im Bereich Local SEO, eine Liste mit 20 Einträgen, die du machen kannst in Deutschland. Und jetzt werden wir noch sagen, ja, aber was ist mit Österreich? Dann siehst du hier bei comma99.at wieder eine Liste. Wie gesagt, Österreich ist logischerweise kleiner, das heißt, es gibt relativ wenig Verzeichnisse. Aber wenn es wenig Verzeichnisse gibt, gibt es natürlich auch für die anderen, deine Konkurrenten wenig Verzeichnisse, in die du dich hier eintragen kannst. Easy peasy, super Fundament, muss man machen als lokales Unternehmen. Nummer 4. Und das ist so einfach und sollte man eigentlich laufend machen. Lokale Partnerschaften, Sponsorings und Events. Ich zeige euch jetzt mal Beispiele von Evergreen Media, was wir da gemacht haben. Und da geht es einfach darum, wir machen jetzt eigentlich gar keine lokale SEO, aber als wir noch sehr klein waren, war Local voll ein Thema für uns. Und da haben wir eine Partnerschaft mit dem MCI, Unternehmerische Hochschule. Und ich denke hier immer in mehreren Dimensionen. Zum einen die Leute, also wir haben relativ viele Leute von dieser Hochschule, weil die einfach eine richtig, richtig krasse Ausbildung kriegen. Das heißt, die Partnerschaft lohnt sich in dieser Richtung. Und zusätzlich kriege ich einfach nochmal eine Nennung von einem einflussreichen Portal in meiner Region und ich kriege einen Link von einem einflussreichen Portal. Und das für einen kleinen 4-stelligen Betrag im Jahr. Nice. Dann, um ein anderes Beispiel zu zeigen, einfach in alle Richtungen, wo es geht. 2015 war zum ersten Mal ein WordCamp in Wien. Damals war die Ausrichtung von Evergreen Media noch etwas anders, mehr so der Kontext WordPress SEO. Natürlich muss ich dann diesen Event sponsern. Wie gesagt, in Österreich, Links auf die Website, auf Unterseiten, mega cool. Und die Exposure bei diesem Event. Immer verknüpft denken. So. Und wie einfach es ist, in einer Region Sponsormöglichkeiten zu finden. Wenn ich hier in Innsbruck, und Innsbruck hat 130.000 Einwohner, Sponsoren Innsbruck finde, dann sehe ich die Universität, dann unsere Kommunalbetriebe, diverse Vereine, Alpenzoo. Die sponsern wir auch, bla 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 und so weiter. Alles Potenzial, um von einflussreichen Seiten in unserer Region Links zu kriegen. Und ich kriege hier nicht nur den Link, sondern auch die Exposure in meiner Region, dass ich dort gelistet bin. Super easy peasy. So. Dann Nummer 5. Lokale Magazine und Blogs. Das ist jetzt zum Beispiel in Innsbruck wahnsinnig schwierig, weil es gibt eigentlich nur Blogs zu Tourismus. Das heißt, natürlich kann irgendwas mit SEO mit Tourismus publiziert werden, aber ich mache nicht so gerne SEO für Tourismus, deswegen machen wir das nicht. Aber es gibt immer irgendein Potenzial, was wir gemacht haben. Es gibt das Wirtschaftsförderungsinstitut, das gibt es pro Bundesland bei uns. Hier ein Gastartikel für uns mit Link. Perfekt. Super hochwertiger Link. Fertig. Nummer 6. Vorträge und Schulungen. Ganz klassisch. Vor allem, wenn du eh noch kleiner bist, dann geht es einfach mal darum, um sich ja auch in der Region bekannter zu machen. Und wenn du da kostenlos irgendwelche Vorträge und Schulungen anbietest, dann ist es eine geniale Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen, um Geschäfte zu machen und auch um lokale Backlinks und Nennungen zu generieren. Ich nenne jetzt einmal das Beispiel, wir haben das über Meetup organisiert. In Innsbruck hat es nichts zu SEO gegeben, mittlerweile gibt es ein Meetup mit 311 Mitgliedern. Aktuell machen wir ihn nicht mehr, also Corona begründet, aber es hat unglaublich gut funktioniert und uns voll viel Exposure gegeben. Jetzt, wie sollten die Suchergebnisse am Ende für deine Marke aussehen? Und ich zeige euch das jetzt mal, wenn man jetzt bei Google.de Evergreen Media eingibt, dann schauen unsere Suchergebnisse so aus. Da haben wir einmal unsere Webseite, da haben wir wunderschön unser Google My Business, Google Unternehmensprofil. Dann haben wir da unseren YouTube-Kanal, gleich Videos dazu, Instagram, wer liefert was. Also, Firmeneintrag, Social Profile, Firmeneintrag, Social Profile. Dann geht es weiter, Social Profile, Firmeneintrag, Case Study, Podcast und so weiter. Das heißt, wir erzeugen eine SERP, die wir zu 100% kontrollieren. Wieso ist das cool? Weil du kontrollierst, wenn jemand nach dir recherchiert, was der findet, was der sieht. Was ja für jedes Unternehmen essentiell sein sollte. Das heißt, unabhängig von lokalen Backlinks und Nennungen verbessern deine Rankings im Local Pack und in der lokalen organischen Suche. Machst du auch noch Reputationsmanagement und machst es für Leute, die interessiert sind, einfach Informationen über dich zu finden und Kontaktpunkte mit ihnen zu generieren. Und dann werden sie zu Kunden und alle sind glücklich. Und so einfach ist das Ganze. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, bitte unbedingt liken und mir ist noch lieber ein Kommentar, auch gerne mit einer Frage. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschau!